Los! Kein Ton. Wir gehen. Wir gehen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Far Cry 3. Servus. Hallöchen. Für alle, die sich gerade wegen den Trommeln draußen wundern, wenn man die hören sollte. Wir haben hier Montag, Stuttgart 21, die freuen sich alle wieder hier. Ich höre überhaupt nichts. Nee, das passt schon, keine Sorge. Oh mein Gott, was für ein... Mein Motor ist der Mars. Wenn ihr von der Insel wollt, besorgt euch einen anderen Motor vom Schrottplatz der Piraten. Leider haben sie ein bewaffnetes Schiff in der Nähe. Daher kann ich da nicht selbst hin. Die schießen mir sonst meine Frisur runter. Wenn ihr das ausschaltet... Boah, aber dein Arsch ist echt knackig, Eisenseele. Ich weiß. Weiß das hier vom Eisenseele oder von dem Charakter, den er spielt? Nö, natürlich meiner. Oh ja, hab ich da jetzt gefailt. Und ich wollte den schön... Die Birne abknallen. Assists, lauter Assists, man. Ich hab auch lauter Assists. Oh, da sind noch ein paar. Dezent. Oh fuck. Oh, da brennt. Der ist hier links oben. Ja, ja, der, 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 der brennt, bin ich. Das ist gut. Vor Leid, ich hab das. Ich lade! Also ich schaff... Oh, der, der, da oben ist irgendeiner, wo ein Raketenwerfer hat. Ja, hab ich ja grad gesagt. Jetzt nicht mehr, hab ihn. Es sind mehrere, aber... Oh fuck. Ich bin da jetzt geflogen. So, die, ich würd' ich mal grade messern, danke. Das ist nicht irgendwie ein bisschen assi, Leute zu messern? Er schießt sich halt wenigstens. Nee, das spart Munition. Da hab ich da recht, ja. Checkpoint. Ich hab die letzte Zeit viel Walking Dead gesehen, von daher. Alter, wie die jetzt einfach gespawnt sind. Perfekt. Ich muss laden, hört ihr? Ich lass mich heute einfach durchziehen. Molotow fliegt! Schärfe Mothatum! Hat da gerade irgendjemanden Molotow auf dem Typen geworfen? Ja, das war ich. Ja, nice. Tut mir leid. Von... Circa 10 cm Entfernung. Wo ist er hin? War jemand im Haus? Hab ich getötet grad. Der Typ hat ein Meta! Der Crustle! Da ist ein Monivar! Boah, mit der AK geht das ja gleich viel besser. Meta-Typ! Ah! Oh, da kommt ein Molotow! Autsch! Dann gibt's eine Granate. Alter. Oh, irgendeiner erschießt mich hier. Scheiße! Fuck! Alter! Der hat zerlegt. Ja. Aber komplett, die kamen von hinten. Die Schweine. Ja. Oh, das ist ein großer. Jetzt kapier ich's erst. Da ist noch einer. Ich bin tot. Was? Wo? Ähm, im umzäunten Gebiet. Mal kurz weg. Munitionslos durch die Nacht. Wie war das Kuh, ne? Nee, eh. Eh halten. Lebe! Lebe! Ah, fuck die Granate, weil's nicht so gut passiert. Weißt du doch, ich lebe irgendwie. Kuh halten, heilen. Was hat noch? Vor allem, der kriegt nen Kopfschuss. Kopfschuss! Okay, der ist tot. Super. Im Raketenwerfer nen Kopfschuss. Ja. Gibt's nicht bloß dann mega effektiv. Wurde leider nicht als Kopfschuss angezeigt. Wo kann man denn hier nachladen? Ja, ich suche auch grads. Da hinten geht's weiter. Explosionsdingen hab ich gefunden. Ja, und daneben ist auch der normale. Ah ja, ok, schön. Da ist Stroh. Ah, da hinten ist was. Ja, das ist geil schlecht, ich hab mich noch hier. Jaja, ich hab's gesehen. Da drin oder was? Ne, genau neben der Explosionszeug. Brauch ich noch Explos... ja. Meine Granate. Oh, da gibt der... Oh, schau euch das geile Sparenferkel an. Das muss mal einer dringen. Es ist durch. Ja, jetzt ist... Wollte meins aber eigentlich eher rosa haben. Ja, ne. Also ich esse immer Fleisch, ähm, ähm, medium raw. Also... Ja, genau das. Bisschen blutischer. Wir müssen uns verteidigen. Haben die Waffen klar und seid auf alles gefasst. Oh Gott. Ich hab kein Scharfschützengewehr. Oh nein. Aber ich hab immerhin ne Scharfschützenmod. Also... Ja, ich glaub das ist jetzt hier wieder so ein, so ein Wettkampfding. Soweit ich weiß. Ja. Bereit zum Wettkampf, nur da. Was machen wir? Alligatoren töten, oder wie? Genau. Menschliche Alligatoren. Ähm, weil wir grad von medium raw. Ich war einem... Als ich Amerika gelebt hab, äh, gab's nen Typen, der hat gesagt, am liebsten an liebsten ist es, wenn seine Kuh einmal durch den warmen Raum läuft. Ja, ja genau. Ein Kollege hat auch mal gesagt, der hat irgendwo mal nen Steak bestellt gehabt. Und, äh, das hat halt noch gewohnt, als er reingesprochen hat. Aufschuss, fünf Punkte. Das Nachladen dauert halt ewig. Das ist schlecht. Ja, Mann. GOOOOT. Oh, Gott! Ey, ey, ey. Alter, der braucht ja wirklich rennen. Alter, der braucht ja wirklich rennen. Ja, 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 ja. Und, du, 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 du. Alle Zeit der Welt. Hauptschuss, fünf Punkte. Wo, wo geht's dann jetzt hier weiter? Ich geh hier gar keinen mehr. Ah, da hinten ist einer. Es ist, ach ne. Du langsam. wer hat mich denn jetzt auf den zaun geschoben warum ist so gut der cheat doch wohl heck von wegen ja 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 das brauche ich überhaupt nicht ich hab gifers tank eingegeben und dann jetzt hab ich ein panzer alter wollte mich verarschen das war deiner hat irgendjemand gesagt nein jetzt krieg ich nur die assist punkte ja leckt mich das ist so weit vorne ist wieder dieses erste spiel aber das weiß komischerweise ist diesmal mit schießen das ändert nichts tatsächlich ich habe vor einiger zeit wieder fahrt gespielt deswegen langsam herriger was was willst was mit der von mir auf den wohnen sind alle nicht nur hinter der welche was sie denn auf der anderen seite vom boot ne wartet dass das ist da ist aber kann ich nicht mehr ziehen hallo so langsam ach hör mir doch auf ach kopf steht mir im weg immer wenn gegner kommt dann halt muss ich nachladen kopf steht zwei punkte ach da oben ist noch einer der ist ja süß kopf 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 at nein andere bewaffnung diesmal die mp5 ich bin das mit meinem buch geil das ist auch standmäßig freigeschaltet ja ich bin gespannt was der dann kann also ich vermute ich werde es ungefähr gar nichts killen weil ich mit beiden dürfen glaube ich gar nichts kann weil ich habe eine rtg7 freigeschalten ich habe die schussaktion tritt in die fresse freigeschalten na das ist das ist eine coole mp gut schafft jetzt ist es weg ich habe Vorsicht dahinten seiner ob Schuss doppelkirchen nach oben alle vertreten er kommt denn hier so leicht er wird er der dinge gehen mit der er war schon aber mit dem Ziel geht noch mal hochgegangen und dann hat er den Betrieb ich habe ein Granat auf den dicken geworfen hat so geht es sind die nächsten heilige Scheiße pp oder es wird wer wo immer hier hoch er werde er guckt er dann alle hin ich weiß auch nicht wo sie sind da oben ist jemand oh mein gott ich will auch hoch wie komm ich da hoch bleib hier er auf der anderen Seite sind auch keine okay so könnte es klappen das war doch zu leicht gerade das klingt nach einem Plan warum können wir nicht einfach rüber laufen ja warum können wir warum brauchen müssen wir überhaupt sind Generator einschalten wir können drüber das ist Munition dann mach dir mal ich gehe an die Gehans MG ja Munition oh mein gott wo ist jetzt der Generator hier bei mir wo ist hier was muss ich denn hier machen startet den Generator einfach rum ehen dann passt das eh halten interagieren ja hallo leute wir sollen verteidigen da passiert gar nichts ne wenn man da was macht beim Generator da hinten sind welche oh mein gott wo ja da hinten auf der anderen Seite vom Schiff wo wir nicht hergekommen sind oh mein gott oh fuck Granate da kommen Messer Typen topschutz wo heilen ach ich kann mich heilen alter wer der da schießt auf mich oh gott ich vermute mal die werden jetzt gleich angestürmt kommen wir sollten also bereit sein die sind schon am Generator achso das ist der IDR ja ja wir müssen achso und die machen den wahrscheinlich wieder aus oder wie ja gut dann wappen ich gehe jetzt mal an das Mg nutze der Typ hat ein Messer alter das war schön vorne da kommt ein Meta Typ ich bin erwischt glaube ich habe den nicht erwischt scheiße ach da ist ja noch einer der ist ja so nicht hier nehmt an die Schweine aber ich muss laden ach da ist die Munition treff heute aber auch gar nicht mehr also das Abschluss ist mit der Waffe ziemlich schwierig es ist möglich aber es könnte einfacher sein aber nochmal die Munition da drüben Aua 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 ich benutze jetzt meinen Pfeil Aua ich benutze jetzt meinen Pfeil Aua fuck ich bin tot hinter mir war einer Aua fuck ist der Aua fuck ist der Oh mein Gott ich habe einen mit dem Pfeil getötet oh ist das geil ne scheiße der lebt ne der brennt lebt der brennt der er ist tot ob ich nicht irgendwie hab ein paar noch weggeballert möchtest du da bitte mal weggehen hinter dir gleich IC wir müssen die seilrutsche benutzen leute was okay jetzt bei unserem ziel aber ich weiß nicht wo ist denn die überhaupt die ganz oben wo ganz oben wo müssen wir denn dahin da kann man auf den kisten hochklettern wie kenne ich hertaste anspringen wie nehme ich die seilrutsche her du springst glaube ich dagegen ganz sicher mit viermal aus woanders gewesen scheiße ich glaube an den rand gehen oder so oh mein gott ich bin tot nein bin ich nicht aber irgendeiner hier ist auch nicht dran nein weil wir sind zu blöd weil wir nicht wissen und sterben weil wir nicht wissen ich war doch gerade dran ich bin einfach in die einfach hingehen dann hängt er euch automatisch dran du bist oder ja jetzt wird mich auch jemand wiederbeleben wenn ihr wo bist du denn und jetzt ist gerade da gestanden ja ja genau dann rutsch einfach schon mal vor wir kommen dann ich hab's geschafft wer bekümmert sich jetzt einer um den berlin kann ja ja wiederbelebende bis komplett tot das ist schön ja das war dann das let's play auf dem channel von peacemaker das ist hardcore modus ich kann es einfach nicht mehr mitspielen und ich muss da jetzt einfach auf der anderen seite geht es einfach raufschauen zu benutzen das mache ich was machst du seilrutsche benutzen da muss die leertaste zu drücken raufschauen zur seilerutsche und leertaste ich habe übrigens nur noch meine pfeile wollte ich mal so sagen davon auch nur noch zwei ich habe auch noch ganz wenig money und da hinten geht es gerade ziemlich ab wo sollen wir denn überhaupt hin oder hier hin oder was kann man nicht durchschneiden ja ich soll es aber so ein netter Typ aber wir müssen nicht zurücklassen ich habe gar nicht mitbekommen dass du gestorben bist ja ich habe ich weil ich bin auch bei doppel leertaste gedrückt weil der Seilrutsche benutzen ja das ist ja süß weiter schafft er oh mein gott ist das geil morgen in dem wasserfall aber ganz raus romantisch aber warte auf die andere spiele bewege dich spieler zu steil rutschen ihr seid doch da gut also das war der PC ist nicht da ja jetzt ist er da der darf auch nicht mehr mitspielen guck jetzt sitzt er da so ganz außen alleine und schmollt das bin ich wir sind bei 17 Minuten übrigens ja auch dann machen wir gerade noch eine Runde schauen wir uns den Läppeln und das Läppeln auch mal an bisschen was geht noch mit dem Sniper dann habe ich alle drei Motzen ausprobiert in einer Folge schauen wir mal ich bleibe es mal noch ein bisschen hier bei dem schweren MG wo ich kann vielleicht auch noch mal ein Rundes Snipern aber wie gesagt Rotflinte ist halt einfach nix ja die Schrotflinte ist da mega scheiße ja eher zur Artillerie ja alle so rennt komme ich ganz außer Atem dann treffe ich nichts mehr Artiller da sind sie da sind sie oh die sind ja süß Molotow fliegt hmm kann man was trinken lecker lecker da kommt auch sicher Messer Typen da drinnen hey ja und hier also in so einem Raum würde ich damit rechnen brennt mal alter ja klar die brenn nicht wenn der Molotow Cocktail an ihnen zerbärst natürlich nicht ich wollte jetzt Messern ich hab noch nicht einen einzigen Kill ich hab doch auch ganz seit nur Assisten gesetzt neun zu spät und lebt da noch oder was so eine Rakete sollen wir ja da hier die Lister hier ah ja sehen wir doch hinter uns ja kommst du mich verarschen du lebst noch auf ihn und hier und hier und hier holy crap was hab ich gemacht mit der hat gerade geschossen war ach so wir müssen uns jetzt holen oder wie ja da liegen überall Raketen rum wir müssen noch mehr Raketen für das Ding ihr müsst den rüber tragen oh Gott hier ist ein Gegner wo ist er denn oh er wurde erschossen ihr müsst da hochkommen oh Gott ja da oben sind noch welche ich kann mich hier irgendwie nicht nach vorne bewegen ich kann mich allgemein gar nicht mehr hoppala ich schieß glaube ich weil mein Controller rumgefallen ist hallo jetzt gehts mit der ich hab auch grad alter warum auch immer schießt meine M ja ich hatte meine Ostenke ich bin tot wer ist tot? ah da vorne lebe 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 komm schon los mach dich du mal drauf ok ich hab die Rakete gibt nur Feuerschutz wo bist du denn? ich bin der Typ der hinter euch mit dem großen exklusiven Teil läuft also als Sniper bin ich ganz schön Aua 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 ihr solltet mir Feuerschutz geben ich bin grad alles Bucks sauberer Schuss das müssen wir noch ein bisschen üben sowieso dafür hab ich mir jetzt erstmal zwei Kills geholt endlich das ist doch schön was was wo wo da ist da noch ein paar ja ja ich hab ich seh da hinten einen Kopf ok nein daneben jetzt hab ich ihn gemacht mehr Kugel mehr Munition so und die nächste jetzt gibt wir ein Feuerwerk Achtung wir haben 4. Juli ich brenne hui ich brenne bumm hat's gemacht so dann würde ich sagen wir mal hier mal einen Folgenstopp dann machen wir das nächste Mal weiter ja genau ach so macht man einen vollen Stopp ok beim nächsten Mal versenken wir das Zeug Ciao Ciao